Wer hat eigentlich den größten Goldschatz? Hier kommen die Länder mit den größten Goldreserven. Fangen wir an mit Italien. Unglaubliche 2452 Tonnen Goldreserven. Auf Platz 2. Wer hätte das gedacht? Deutschland mit 3353 Tonnen. Und auf Platz 1, dreimal dürft ihr raten, natürlich die USA mit 8134 Tonnen. Folgt mir für mehr Finanzcontent.